Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft MegaCraft ja letzte Folge sind wir hier stehen geblieben dass wir alle Sachen nach Hause gebracht haben Tingen jetzt die aber wir können auch für jetzt schon getrost verzichten wir haben jetzt fast unseren kompletten Mace Rater den wollten wir nämlich da bauen der ist ja noch für Nico so was braucht man noch für ich hab so noch die Mace Rater drin von gestern sogar noch Mäschchen Block Kabel zu tun ein normales Nico ich habe nur Fahndungs machen darf nicht das jetzt Gefängnis dass sich an den Sachen vergriffen Stimmt die Feind ein waren die ich nur brauchte das waren seine letzten glaube ich sogar nach Tüchen die mein System ist mir auch egal ähm haben wir den Circuit schon gemacht? ich glaube nicht noch nicht ich hab ich noch nicht drin es brauchte der denn Chopper Kabel schon nicht Chopper Kabel, Redstone und Dings Redstone hat er doch genug Copper Kabel und Refined Iron und Refined Iron so oder das selber verarscht mich einfach nur gern aber bestlich um das zu ändern wir gehen mal auf unser Web Panel machen hier Slash Stop so loggen uns mal in den Web Panel ein und machen Start und ja dann kann ich ja nochmal eben ich bin einfach nur so müde wie lange brauchen wir ein Video noch? 2 Minuten ok für den 2.9 und wir haben den 30.8 jetzt habe ich 90 FPS Trilad Forest Trilad Forest Trilad Forest what the fuck also meine FPS sind wieder da ich glaube das lag ernsthaft am Server zwischendurch und wie man jetzt sieht 30 FPS jetzt bin ich wieder zufrieden und jetzt mach ich mal eben bevor ich Nico sein Grundstück in Luftjagd Difficulty nur aber das wäre ja nicht so geil und ja und ich wollte gucken das ist mir jetzt letztlich verformen Livestream wie viel Quarry kostet da haben wir glaube ich 8 Stück heißt wir haben Scheiße im 8 Dias meine ich da muss doch nochmal in Leistung fahren gehen ne 9 Dias aber es trotzdem zu wenig Quarry äh und was war mit der Turtel warum sind denn mein Turtel das geht ja noch würde ich sagen würde ich sagen bauen wir gleich die Turtel und verlegen gleich mal eben direkt hier das ach ne der Macewater steht ja schon und ja könnten wir nämlich schon mal das das wo mein ich das mit der ich würde mal sagen so lange ich jetzt hier am Arbeiten bin ich würde mal sagen so lange ich jetzt hier am Arbeiten bin tue ich mal eben die Dinger hier raus so habe ich noch ein Glasfaserkabel habe ich natürlich jetzt nicht wie ging die denn Glas also jetzt na ja Glas natürlich Stier ich sage jetzt schon mal bis hin Macewetter da mache ich das und bleibt da ich derzeit gar keinen Bock dran hat so lange zu suchen ja m gut ich sage noch mit das halt dann leisten und ich darf da unten gleich meine Drosselung zumindest vom MfS vom MfE rausholen da ich meine das Rezept nochmal nach äh Rezept also mein Video ist hochgeladen gut ähm wenn ich auf die Preise gucke was habe ich denn gesagt ein MfE voll kostet 5 Scharts und 2 Sticks also kann ich locker bezahlen aber 25 Scharts kann ich auch bezahlen noch glaube ich locker die Zeit wird ja immer am dreisten deswegen darf ich eh genug und wie kann ich hier einfach nur rum wir haben fünf Minuten euch hier verplämpften und ja jetzt machen wir mal mit dem was ich eigentlich machen wollte weiter kurz ähm Briggs womit ich einfach nicht in ZHF was ein Depp natürlich zu schweig und hm und jetzt kam auch der Kommentar ja du ich hier Schiffdruck und der V�� kommt dass sie rein leider wegen dem Crafting Terminal, aber ja, macht euch nichts draus. Das habe ich nämlich schon in einer Folge sogar versucht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir zocken hier nämlich auf 1.4.7 gezwungenermaßen. Ich wollte eigentlich wie Slid 3 nehmen, nur dann hätte ich wirklich ein komplett, also wir wollten nämlich, das machen wir hier nur mit den ganzen halt in der neuen Version, aber, na. Hat leider nicht ganz so geklappt. Zwei, drei, vier, fünf. Und dann hätte ich nämlich wirklich alles, und wenn ich jetzt alles sage, übertreibe ich gerade ernsthaft mal nicht. Dann hätte ich wirklich alles neu machen, also wirklich fast alle neu machen müssen, und da hätte ich jetzt gar keinen Bock dran gehabt. So. die Wand ist soweit fertig, jetzt kann ich mal eben hier ein bisschen halten. Und wer sich fragt, hä, warum kannst du die Bäume so schnell abbauen? Was bist du für ein Kleinlecker? Wir haben hier den Timbermack drauf. Das ist ein Treecapulator. Weil das hat mich nämlich, ich war ja selbst ein großer, ähm, also ich bin ein großer Megaprojekt-Fan gewesen, und mich hat das einfach immer aufgeregt, die ganzen Sachen, dass man erst den komplett einen Baum abbauen muss, und ja. Deswegen, das wollte ich halt jetzt vorbeugen, und ich hab das so gebaut, machen. Und, Magnetismus wollte ich ja ausmachen, hab ich ja gesagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und, zur Sache, ähm, Peter, äh, die BJP hat das ja in Minecraft Marks so gemacht, der hat mit dem MI-System, und generell mit dem ganzen Kabelsalat, der hat einfach immer dazu gebaut. So werd ich das nicht machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, fünf, vier. Ähm, ich werd's schon vorher planen, und halt hier alles ordentlich verkabeln. Das geht natürlich so nicht. Und ich hab ja keinen Magnetismus mehr, das wird Zeit geben. Zum Wort hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. So. Also, es wird hier jetzt nicht überall nur Fenster reinkommen, und ich will erstmal, dass es so als, generell, irgendwas als Band haben. Und dann muss ich hier gleich mal unter F9, war's, ne, nicht F9, das war, da sieht man nämlich nur die Chance. Ne, F8 war's auch nicht. Hier, so gucken, wo's so dunkel ist, und wo ich noch Fackeln setzen muss. Aber das mach ich, glaub ich, im Livestream mit den ganzen Fackeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, und dann, wie. Ja, genau, das mit den letzten ging ja hier noch sogar. Zwei, drei, vier. Hä? Warte, hatten wir nicht das Problem beim letzten Mal schon, ich vergessen hab, den Eingang mit einzuplanen. Der war genau hier. Na ja. Das ist, wenn man so am Labern ist. Und ich, ich glaub, ich sitz mal im Portal gar nach oben. Das nervt nämlich. So, und ich hoffe mal, die Musik ist jetzt nicht zu leise. Ich hab's nämlich nicht zu gern zu laut und auch nicht gern zu leise. So, schon wieder Werbung auf Spudgy. Genau. Ja, ja. Ich hab nämlich leider keinen Spotify Premium, aber brauch ich ja auch nicht. Guck mal, das Mal, was ich gesucht hab, hat das sogar so halbwegs gereicht schon. So, hier liegt noch was. Genau. Und guck mal. Dann können wir hier nämlich nachher eine Farm hinbauen. Genauso wollte ich es nämlich, glaub ich, sogar auf der anderen Seite auch machen. Da. Dass man da halt dann Flux-Seeds und sowas anpflanzt. So, nochmal eben, um sicher zu gehen, ob das Ganze hier auch so klappt. Und dann würde ich sagen, beende ich hier nachher auch schon die Folge. Da wir nämlich, glaub ich, so circa gleich an den 15 Minuten wieder sind. Und ich jetzt im Moment halt, also ich will jetzt hintereinander viel aufnehmen. Gerade, weil ich gerade so Minas Bock hab. Und, ja. Ich muss gleich auch noch ein Video rendern schon mal. Das ist nämlich die Zeit wahrscheinlich im Stream. Ich... Und meine Hausaufgaben mach ich auch gleich im Stream vielleicht. Naja. Weil ich auch nichts Besseres zu tun hab. Ja. Im Stream... Im Stream werd ich wahrscheinlich ja eh nicht viel machen. Jetzt sag ich nicht, dass unser Mabel jetzt ganz genau nicht passt. Oh, es hat sogar ganz genau bis auf drei Stücke gepasst. Das waren, glaub ich... Ne. Wow. Das war echt knapp mit dem Passen hier. Aber egal. Gut, darf ich sagen. Gehen wir nochmal eben hier zum ME-System. Wir packen uns ein bisschen aus. Und auch, ich will sagen. Sieh mir zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.